So, hello, hello, da bin ich wieder. Okay, wollen wir weiter. Ist hier von hier überhaupt irgendwo lang? Halle ich ein Katzenfell? Hallo, hallo. Wie geht's? Ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen, und bei dir? Ich muss hier irgendwo lang. Warte, hier so rüber. Oh, passt. Oh, gut, war lang nicht mehr hier. Möglich? Ich erinnere mich auch nicht mehr an deinen Nickname, also... Scheint das wohl wirklich eine ganze Weile her zu sein. Du musst doch da rüber gehen. Mann, oh, warum denn nicht? Ist wahrscheinlich denn doch nicht der Weg. Ich wüsste nicht, wo es sonst noch gehen soll. Es war sonst nichts weiter. Felixson05 war mein Name vorher. Okay, cool. Nee, wie gesagt, keine Ahnung mehr. Das kann ich auch nicht benutzen. Ähm... Ich vergesse aber auch vieles. Ich weiß oft nicht mal mehr, was ich gestern gegessen habe. Von daher. Aber das ist der einzige Weg. Ich muss ja da auch so rüber. Das kenne ich. Das ist doch gar nicht böse gemein, falls... Falls ich euch nicht mehr kennen sollte. Mann, ich... Ich muss da rüber. Weil von der Seite aus komme ich nicht lang. Hier, hier ist blockiert. Da ist zu. Da komme ich nur von der anderen Seite lang. Und das zeigt mir ja auch eigentlich schon den Weg da lang. Hier. Ich habe doch die Rampe sonst nicht. Da hinten komme ich ja auch nicht lang. Weil letztes Jahr hier... Ja gut, letztes Jahr ist noch nicht so lange her. Es sind ja erst acht Tage. Ich lege gerade, ob ich von hier aus irgendwo anders hinkommen kann. Aber da ist ja auch offen. Und da hinten geht es weiter. Boah, ich kriege das Timing hiervon, glaube ich, nicht hin. Als ob es jetzt daran scheitert. Weil hier geht es ja auch nicht auf. Auch wenn da hinten einer rumläuft. Verstrecken? Ja, mache ich. Einmal durchgestreckt. Kann ich in demselben Atemzug auch direkt nochmal was trinken. Prost. Wollte ich eigentlich gerade in der Pause machen. Kann ich aber ver... Pfeilt. Sie bleibt halt da vorne irgendwie immer mal ganz kurz stehen. Obwohl ich das Rennen die ganze Zeit durchdrücke. Hier kannst du es ja jetzt auch. Oh wow. Einfach nicht springen gedrückt. Sehr gut. Als ob das jetzt hier mein Nemesis wird. Ich komme noch nicht rüber. Aber es muss doch hier irgendwo lang gehen. Das ist doch der einzige Weg. Ich bin ja von hier hier runter. Hier ist alles dicht. Es geht nur der Weg. Hier habe ich die kaputt gehauen. Hier ist sonst nichts weiter. Auf den Brunnen darf ich auch nicht rauf. Da auch nicht. Hier ist sonst nichts. Es geht nur da lang. Ja, warum bleibt sie denn da immer stehen kurz? Hör auf damit. Hör auf damit. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch keinen Doppel-Dash oder so. Ich kann nur einmal. Ich komme noch nicht rüber. Hier bleibt sie immer einmal kurz stehen. Aber das ist halt der längste Weg nach da. Das soll schon hier so lang. Aber hier bleibt sie halt immer kurz stehen. Ich schaffe das nicht. Ich... Hä? Also es ist der einzige Weg, wo es hier lang gehen könnte noch. Kann ich das kaputt hauen vielleicht? Nee. Oh Gott, was war denn hier gerade mit der Kamera los? Ich raste aus. Jetzt scheitert es wirklich am Finale, weil ich da nicht lang komme. Also ich das nicht schaffe. Ich schaffe das nicht. Wie gesagt, das hier ist der Rückweg. Das kehrt man nur von der anderen Seite auf. Äh, toll. Hier komme ich auch nicht lang. Es geht gar nicht auf. Und hier, hier bleibt sie halt immer irgendwo hängen kurz. Ja, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Ich muss doch da rüberkommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich komme ja auch nicht mehr zurück. Aber ich schaffe es da nicht mit meinem Dash rüber. Ich habe schon was vergessen. Da ist ja auch nichts zum Klammern oder so. Also für den Haken. Türen eintreten kann ich auch nicht. Die anderen Sachen kann ich auch nicht benutzen, ohne irgendwas anvisiert zu haben. Ich komme da... Ich komme ja noch nicht mal ansatzweise in die Nähe. Ich komme ja nur bis hier. Ja, gut. Äh, ich glaube, daran wird das Finale scheitern. Ich habe da, glaube ich, nicht das Timing für. Oh, das sah gut aus. Nee, nee, eher das nicht. Hm. Das ist ja toll. Ja, wenn ich hier lang laufe, dann habe ich hier dieses Gedönsel im Weg. Ist das hier auf der Seite auch? Ziemlich. Ach, ne. Hä? Wie kann dieser Sprung so blöd sein? Sie hängt da halt immer irgendwo kurz. Da, da hört sie immer kurz auf zu laufen, wenn sie da an dem Dings ist. Kann man denn Geländer mitgehen? Was? Was ist mit dem Geländer? Hier ist ein Geländer. Normalerweise brauchst du halt schon Anlauf, um da rüber zu kommen. Weil ohne Anlauf würde ich jetzt halt nur springen und so und dann... Ich komme ja da nicht ran. Überhaupt nicht. Ich weiß ja noch nicht mal Katzenfell, was du meintest mit Kann Geländer denn mitgehen. Ja, sie bleibt da immer stehen. Das nervt mich gerade total. Weil das sollte sie doch nicht tun. Ich komme da nicht rüber. Ach man, ich habe schon keine Lust mehr. Ich habe das jetzt 30 Mal probiert. Macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Wow. Ich habe bisher nichts in dem Spiel so frustriert wie das hier. Hier ist doch aber auch hier... Also es geht ja halt nirgends so lang. Ich kann das hier nicht aufmachen. Ich kann das nicht auftreten. Ich komme hier auch nicht mehr zurück. Von da oben bin ich runtergeploppt. Von da sind wir da hier lang, dann da hoch, dann hier rüber und hier rein. Das hier komme ich auch nicht weiter. Da drüben geht es ja obvious weiter. Hier komme ich nicht lang. Das ist der Rückweg. Das geht nur von der anderen Seite zu öffnen. Ich komme hier nicht hoch, um zu cheesen. Hier komme ich auch nicht hoch, um zu cheesen. Ne, da will sie sich nicht festhalten. Als ich gesagt habe, vielleicht könnte ich cheesen, indem ich da irgendwo hier raufgehe und dann wieder von oben irgendwo runterlaufe. Das geht auch nicht auf. Hier ist nichts. Hier ist noch nichts weiter. Ich komme ja höchstens hier noch hoch. Von hier da rüber funktioniert es ja auch nicht. Ich komme ja nicht mal ansatzweise in die Nähe von dem Ding. Aber da geht es ja weiter. Man sieht es ja. Sonst wäre ja die Lücke da nicht. Es ist ja hier alles zu. Überall ist alles zu. Nur an der einen Stelle nicht. Oh, sie hat sich festgehalten. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich bin ja nicht gläubig, aber ey. Das soll so nicht gemacht werden. Ich bin mir sehr sicher, dass das so nicht gemacht werden soll. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Nach einer halben Stunde. Oh boy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier geht wieder nicht auf. Ich glaube nicht, dass das so gemacht werden sollte. Kann ich das hier jetzt aufmachen? Auch nicht. Endlich geschafft. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ach so, auf den komme ich jetzt aber rauf, oder wie? Frech. Oh, hi. Hallo, Jens. Na, wie geht es Ihnen so? Da lang ist schon richtig. Ja, das meine ich mit der anderen Seite von hier aus. Kann ich das nämlich aufmachen? Gott sei Dank. Oh nein, ich will nicht durch so ein Labyrinth. Wie war das? Labyrinthe immer rechts halten, oder so, ne? Ja. Ja. Ich gehe wieder schlafen, bis nachher, oder so. Mach das. Mach das. Katze, okay. Schlafen. Schlafen. Na gut, der Wegpunkt zeigt mir, wo ich lang soll, aber... Gehe ich trotzdem hier, oder? Ja, mal gucken. Hallo? So ist dasselbe. Ejo, 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 ejo. Ganz schön ebelig, da drüben. Wie ist der, hat mich gesehen. Wie ist der, hat mich gesehen. Ja, da geht's lang. Das ist auch der einzige Weg wieder, ne? Ja. Das geht mir noch von der anderen Seite auf. Okay. 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 Äh, es geht hier runter. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Aber doch, sieht danach aus. Zeig der Wegpunkt auch her. Zeig der noch da hinten. Oh, wow. Hey. Hi. Wait. Wait. Okay. Das war's. Ja gut, das Labyrinth ist ja sogar schon ein bisschen kaputt. Eigentlich kommt man ja hier gar nicht. Ja, hier. Eigentlich würde man hier ja gar nicht durchkommen. Und hier wird es direkt wieder grau in grau und mit grau. Wegen dem da. Oh Mann, kann das Anwesen mal wieder ordentlich funktionieren hier? Oh Mann. Mann, hör doch auf. Das Anwesen ist super nervig. Weil hier sind halt noch ringsherum die ganze Zeit welche. Und der springt halt manchmal einfach so darüber. Auch wenn ich den Knopf dazu nicht rücke. Wenn ich Gegner anwirisiere, habe ich mir nämlich angewöhnt gehabt, nicht mehr den rechten Stick hier zu benutzen, mit dem ich eigentlich die Kamera bewege. Da nehme ich extra meinen Finger mal von weg. Und trotzdem passiert es. Ist ein bisschen... ...stressig. Ja, lang soll ich. Und hier haben wir noch einen Speicherpunkt. Äh, Spawnen wäre jetzt wieder drinnen. Ja, ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich. Verbesserungen. Na komm, den letzten noch in Kraft. Dann haben wir Kraft komplett voll. Haben wir hier irgendwas aufgesammelt? Ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr. Können wir von dem Restchen noch... Ja, sowas ein bisschen holen. Ein paar von den Frostgranaten. Irgendwann, das passt so. Ja, jetzt sind die dann. Ich werde da. Äh, ich lasse euch mal in Ruhe. Wir hatten ja gerade schon Bekanntschaft gemacht. Ja, nein. Das sieht tief aus. Da sollte ich nicht rein. Aber das ist cool. Mit den Statuen da so drinnen. Ja, okay. Da darf man nicht hoch. Die Tür ist zu. Okay. Das ist ja wieder. Da ist die Tür. Sie sind hier, in der Petit Trianon? Ja, sie sind upstairs in der Queen. General, Sie und ich beide wissen, was kommt. Sie müssen sie zur Sicherheit, nach Hause. Nein, ich werde nicht ohne Gabrielle. Madame de Polignac? Was ist mit ihr? Hier passiert etwas strange. Die Automaten werden nicht in 100 Kilometer kommen. Der König, sicherlich. Er will seine Familie aus ihren eigenen Automaten. Sie haben sie in die Hände, um herauszufinden. Sie haben sie in die Hände, um herauszufinden. Sie haben sie in die Hände. Sie hat sie in die Hände. Sie hat sie in die Hände. Sie hat sie in die Hände. Wir können sie nicht tun, um sie zu helfen. Wo sind die Automaten sie? Sie sind nach dem Palais. Gehen und holen die Kinder. Sie müssen noch nicht in Versailles bleiben. Keine Angst, Madame. Ich werde Sie zu einem Ort, wo alle drei Sie sind sicher. Ich werde sie helfen, Madame de Polignac. Sie sind ihre einzige Hoffnung. Keine Angst, Aegis. Unsere Kampagnen sind bereit, um das Palais zu nehmen, sobald Sie sich ihre Protektoren verletzt haben. Ich werde Sie sein, wenn ich meine Verpflichtung an ihre Majestät habe. Okay, wir haben aber auch einen Schlüssel bekommen. Den Automaten auf den Marmornenhof besiegen. Okay. Boah. Das sind aber auch viele. Da muss ich durch. Na gut. Ich glaube, das war der dummste Tod bisher. Zum Glück war da ein Speicherpunkt. Äh, okay. Ich muss da ein bisschen anders ran. Die Sniper heilen die es erstmal weg. Dann den anderen auf der anderen Seite. Die schubsen mich eben nicht die ganze Zeit hin und her. Äh, bei denen komme ich ja gar nicht ran. Na gut. Wenn der zu mir kommt, ist das auch okay. Warte mal... Aua! Ich muss mich aber um den kümmern, weil ich mich um den hier kümmerle. Ich bin sicher nicht hier im Gehen, ich bin hier im Gehen und ich bin hier im Gehen, ich bin hier im Gehen. Eigentlich muss ich da nur hoch. Hier funktioniert das wieder einwandfrei, ne? Ganz merkwürdig. Oh, hier wurde gepiktigt. Oh, wie schön. Also, irgendwann mal. Jetzt ist es... Also, es ist immer noch schön hier. Aber die ganzen Automaten sind ein bisschen nervig. Und du, ich muss mich nicht kümmern. Aber um die... Oh Gott, die haben mich da hinten auch gesehen. Echt jetzt. Ja. Drei von den großen hier ist ein bisschen nervig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab mich nicht angedriffen. Hallo? Warum greift der nicht an? Ich steh direkt neben den. Merkwürdig. Da hinten ist noch mein Speicherpunkt. Ich seh ihn. Oh, nein. Bitte sag mir, das sind nur Statuen. Ich glaub, verbessern kann ich hier nichts mehr. Äh, ne. Bitte. Hm. So, das noch mal ein bisschen aufgestockt. Mehr hab ich auch nicht. Das hast du dann nur die andere Seite. Oder? Ja. Ich hoffe, ich kann die Größe nicht anbesehen, oder? Bei King-D kämpfen hätte ich gar keine Lust. Beim zwei von denen. Okay. Ich hoffe, ich lasse zusammen. Weil ich nochmal was versuchen. Wenn wäre ich gar nicht mehr, hätte ich noch ein Rood machen. Ich höre mich. Oh! So, den da hinten lasse ich alleine. Dann lasse ich ihn hoch. Okay, hier kommt man rüber. Wie die hier einfach überall gepiknickt haben. Mit ihren Decken. Oh! Was ist das? Ich bin still. Da irgendwo hin? Äh, halt. Öffnen. Warte, was haben wir da schönes? Oh, warte, wir haben da so einen Verstärker gekriegt. Äh, hier kommt bestimmt auch mal ein Speicherpunkt. Das stimmt. Ja. Oh, man sieht ihn noch gar nicht. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Oh, hier sind aber ein paar. Ja. Ja, komm mal ran hier. Nicht so nah. Ja. Komm, komm, komm. Ja. Da hinten. Noch noch einer. Ja. Wow. Komm ich hier trotzdem nicht hin, oder? Oh, wow. Genau. Ja, dann muss ich da. Hier so lang. Und da ist nämlich auf. Oh. Und da unten ist noch Loot. Hier muss es doch hier aber nochmal einen Checkpoint geben. Ach so. Ich komm hier einfach denn durch. Ja, dann kann ich den Checkpoint hier nochmal nutzen. Und vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ähm. Grinhaft, das geht nur, wenn du, wenn du Zap-VIP oder sowas bist. Ich weiß nicht, ob gerade jemand da ist, der Zap ist, der das machen könnte. Und ich glaub, das würde auch... Ja, genau. Genau so. Dankeschön, Aria. Ich glaub, das steht auch bei den Commands mit dran. Ich glaube, das steht auch dran, da. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Genau, hier Verbesserung. Da haben wir nämlich das hier. Dann halt das nämlich jetzt mehr. Ja. Ja, dann kann ich hiervon auch, glaub ich, noch ein paar holen. Die nehm ich noch mit. Morgen wird schon stressig. Erzass. Und danach... Maßnahme. Oh. Ja, okay. Das stelle ich mir auch stressig vor. 10.20 Uhr, um 12 Uhr die Maßnahme. Oh, wow. Das ist aber auch knapp bemessen. Wer macht denn da unten so viel Lärm? Ach du. Der da. Ja, aber hier komm ich nicht durch. Mhm. Mhm. Jemand wartet auf mich. Ich spüre das. Aber... Da muss ich ja irgendwie auch wieder anders hinkommen. Aber hier komm ich nicht durch. Das ist nicht auf. Das geht nicht auf. Ach, Ersatzhebel. Warte mal. Haha. Du hast mir geholfen. Oh, ich bin gar nicht bereit dafür. Nächle. Und hier. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Äh, äh, okay. Du wartest nicht auf mich. Äh, äh, äh. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das Ding da oben ist der Endboss. Guck mal an, wie pompös das Teil ist. Wenn das nicht Endboss-Vibes hat, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich nicht den anderen. Ich schaff's das, Eddie. Ich weiß es nicht. Aber das Ding, das hat man da von ganz hinten, da war ich irgendwo, da hat man das schon gesehen. Und das hat so... Das hat so richtige Endboss-Vibes, das Teil. Oh boy. Das hat richtig, richtig tolle Endboss-Vibes, das Ding. Ja, hier komm ich nicht durch. Muss mal kurz gucken, ob ich hier nicht anders langkomme. Was ist das da hinten eigentlich? Ist das meine Kutsche? Meine goldene, pferdelose Kutsche? Das ist doch meine goldene, pferdelose Kutsche, oder? Gott sei Dank, dann habe ich hier noch einen Checkpoint. Das Ende ist in Sicht, ja. Ja, ich glaube auch. Das ist meine goldene Kutsche. Die steht hier in... Ah, die steht hier nicht umsonst, wollte ich nämlich gut sagen. Guck mal. Bin ich hier? Will ich hier runter? Ich meine... Da kam ich nicht durch. Ja, durch die Tür kam ich nicht durch. Da hinten, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich muss hier so rum. Glaube ich. Bin ich sicher. Gott, gleich muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Nein. Ja, okay. Nein. Ja, okay. Oh boy, 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 oh boy. Ich hab ein bisschen Schiss. Das hier ist der Rückweg, ne? Wir sind doch hier so rum, oder? Doch wir sind von da nach da rüber. Oh nee. Das war denn dumm, dass ich hier rüber bin. Ja, das war falsch. Das war nicht der richtige Weg hier. Bringt mich mal bitte um. Ich lass mich mal kurz von ihm umbringen. Ich hab nämlich auf der anderen Seite gespeichert. Ihr macht das schon, ne? Komm, hau mal drauf. Hau mal drauf. Hau drauf. Danke. Komm noch mal. Ja. Hau nochmal drauf. Ja. Aua. Du sollst deinen Kollegen nicht treffen. Du sollst mich hauen. Komm. Der steht auch nur blöd da. Hallo. Ja. Komm noch mal. Komm schon, ihr schafft das. Faules Pack. Ja, da will man einmal, dass die einen umbringen, weißt du? Und dann... Dann haben die keine Lust. Okay, ich hab hier gespeichert. Ist das gut? Ist das gut? Okay, nicht darüber. Darüber ist falsch. Ja, haben wir jetzt auch... Ich wollte den ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen. Tut mir leid, Leute. Ach, hier ist der Hebel. Echt, hier ist auch hier alles klar. Ich hab den Hebel vorhin nicht gesehen. Obwohl der wahrscheinlich super offensichtlich ist. Also der ist super offensichtlich. Aber ich hab den vorhin nicht gesehen. Ich bin da irgendwie dran vorbeigerannt. Ja, dann reparieren wir das aber erst nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Bis gleich.